Servus und Hallo! Ich möchte heute mal ein paar Worte verlieren zur Ergänzung Hellburner Hearth von Peak International. Ich denke mal allen Peaklern ist der legendäre Hellburner bekannt. Der ursprüngliche Hellburner musste ja schon mehrere Male überarbeitet werden. Musste überarbeitet werden sage ich ganz spezifisch, weil ganz einfach mehr und mehr Vorschriften auf Nahrungsergänzungsmittelproduzenten zukommen und immer mehr Substanzen gefährlich, verboten oder sonst wie eingestuft werden. Peak hat sich was einfallen lassen. Peak International hat die Hellburner, den ursprünglichen Hellburner gesplittet und hat jetzt drei verschiedene Supplements am Start, was ich auch auf jeden Fall befürworte. Warum? Weil insbesondere für Frauen der Hellburner in seiner ursprünglichen Version eigentlich nicht so richtig tauglich war in meinen Augen. Warum? Weil viel zu viele Stimulantien sich da drin versteckt haben. Frauen haben eh schon von Grund auf einen höheren Katechulaminspiegel und brauchen dann nicht auch noch diese Geschichte in Form von überschwelligen Substanzen, die das Ganze dann auch noch mal erhöhen. Darum begrüße ich auf jeden Fall Hellburner Hearth. Aber was erzähle ich euch überhaupt? Dieser Hellburner Hearth zeichnet sich eben aus durch den besagten niedrigen Gehalt an Stimulantien. Es befindet sich nur ein kleiner Anteil Koffein darin und synergetisch wirkend dazu etwas mehr Tyrosin. Leute, das ist nicht schlecht, wenn eine Ergänzung nur wenig Koffein hat. Das ist im Falle von Hellburner Hearth sogar eine gute Eigenschaft, eben aus den genannten Gründen. Dafür aber etwas absolut Frauenspezifisches, das ich so noch gar nie gesehen habe. Ihr findet in Hellburner Hearth Substanzen, die sich in die Östrogenbildung, in das Östrogenmanagement, in den Östrogenhaushalt einschalten. Ich glaube, jede Frau weiß um nachteilige Effekte von Östrogen. Ihr werdet natürlich mit dieser Ergänzung jetzt nicht die Dauereinnahme von einem Kontrazeptiva irgendwie überbrücken oder diese negativen Effekte damit auslöschen. Aber wenn jemand mit einem ganz normalen Zyklus unterwegs ist als Frau und Probleme mit Östrogen hat, der kann auf jeden Fall von dieser Ergänzung profitieren und insofern eine absolut geschlechtsspezifische, Frauenspezifische Sache, die ich begrüßen kann. Die zweite Geschichte hängt ein bisschen damit zusammen, aber nicht zwangsläufig, ist das Thema Wassereinlagerungen. Wie viele Frauen kenne ich, die mir schreiben, ja Holger, was hast du zu bieten in Sachen Wassereinlagerungen? Da kann man natürlich einige Lifestyle-Dinger rausziehen, da kann man natürlich auch etwas erstmal in Sachen Basisversorgung machen. Dann ist aber als weitere Möglichkeit jetzt dieser Halperner Hearst zur Stelle mit, ich nenne es nur mal einen, weil mir der geläufig ist, mit diesem Dandelion-Extrakt. Schaut mal die Studienlage zu Dandelion an, das Zeug in einer bestimmten Dosierung hat tatsächlich einen theoretischen Effekt und ist etwas pflanzlich, man muss sich keine chemische Keule einverleiben, um hier von einer leichten Entwässerung zu profitieren. Insofern, Halperner Hearst, liebe Ladies, ich kann es euch empfehlen. Probiert es mal aus. Ich denke mir, dass ihr davon nicht nur einen guten Effekt erwarten könnt in Sachen Körperzusammensetzung und Diät, sondern eben halt auch in Sachen Hormonkonstellation, Östrogen und auch einen leicht theoretischen entwässernden Effekt.